holy shit oh scheiße oh mein gott oh digga kann ich jetzt gehen oh es ging mir ein bisschen zu schnell hey hey was gucken wir uns denn da an chef was ist das hier okay vertraue niemandem mit so einem haarschnitt na freust du dich genauso wie ich das muss alles da rein oder ist halt auch alles okay oh mein gott als wäre es nicht schon scheiße genug wenn der chef dir bei der arbeit über die schulter guckt guck ihn dir an guck dir diese augen an diesen mann sollte man nicht mit gleichen alleine lassen das ist alles was ich sage hierzu als amierungsflüssigkeit dann ins choker und die abdominal cavity abdominal ist irgendwas im bauch grace anatomy guckt nein natürlich dr haus wie ein mann ja ich weiß wie man abwischt ich glaube ich habe ein bisschen zu fest gerubbelt ja bruder jetzt wo die schön sauber ist da willst du mit der allein sein jungen ich bin so ein fett sack ich habe erstmal an makaroni gedacht mac and cheese alter das soll maden sein oder okay ja guck mal perfekt so jetzt schmeiße ich eine vase aus dem fenster vielleicht doch nicht hallo daddy ist zu hause das licht ist ausgegangen die surprise und jetzt ist er weg das geht auch ich brauche einen IT-support also da bewahren wir die leichen glaube ich nicht auf ja hey wie kommst du denn da hin was bruder ich weiß es auch nicht was machst du denn da hin komm mal runter ja oder gut Zeit zu inbauen inbauen mhm 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 mein gott hat der beißerchen du kann ich das nicht zumachen ist das alles drin oder nicht Nee, ist besetzt. Was soll ich da inspekten? Upsala, das ist aber zu weit. Irgendwann sehe ich hier was drin. Ich warte schon drauf. Ah, geil. Nicht cool, Mann. Oh mein Gott, du Hund. Alter, das war so viel Zeug, was der mir erzählt hat. Warte ich, äh, hab ich das noch auf Z? Nee, oder? Ja, das schreibe ich mir besser auf, ja. Okay, ich bin sehr, sehr nah dran. Im Schrank könnte sein, ja. An der Wand, an der Decke. Es ist die Leiche. Irgendwie bin ich hier rum. Holy shit. Oh. Der ist es. Da. Der ist es. Hallo. Da hat man einmal kein Auge auf euch. Und die... Mach's nicht an. Ja komm, da muss ich dich jetzt wieder einfangen, ne? Was ist dein Problem? Was ist... Oh, scheiße. Ich sehe gar nichts. Ich habe mich genau richtig hingedreht. Junge, darf ich jetzt weiter arbeiten? Hä? Ich will doch wirklich nur meinen verdammten Job erledigen. Danke. Zack. 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 Wie am Schnürchen läuft das. Hallo, Daddy. Oh mein Gott. Oh, Digga. Oh mein Gott. Ich warte hier einfach. Warte hier einfach. Ich muss gar nix. Ich muss gar nix, Bro. Oh, Digga. Oh. Oh, wie schön. Da. 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 Oh, shit. Hey, ja, bin ich tot? Bin ich tot? Bin ich tot? Ist das verpackt gerade schon wieder oder? Hier stimmt irgendwas nicht. Was sag ich dir. Ey, ich weiß nicht weiter. Nee, nee, hier ist irgendwas. Hier ist irgendwas kaputt. Was? Ich bin mir irgendwie sicher. Irgendwas ist mir das Bein hochgekrabbelt. Was geht denn jetzt, Mann? Ach nö, ich will doch einfach nur arbeiten. Was ist denn das hier? Bessie, bist du es? Kann ich gehen? Ach nö, Mann. Kann ich springen? Ey, dich hab ich gar nicht gesehen, ey. Oh, shit. Das war so klar. Okay, Zeichen, 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 Zeichen. Gut, ich zeichne, Zeichen, Zeichen. Oh ja. Hilf mir, Junge. Häng da nicht so rum. Ey, Junge, geht's noch? Ey, das hat gefetzt, Junge. Holy shit, okay, alles klar. Das war nicht cool, Alter. Wieso ziehen die mich immer durch die, durch die ganze Bude hier? Als wäre ich ein scheiß Putzlappen. Oh, Scheiße. Oh mein Gott. Ich mein, ich kann ja hinterher immer noch entscheiden. Wo drin? Wo? Ey, das ist eine super Idee. Einfach mal in den gerade frisch gespawnten Vergewaltiger Keller. Oh ja, das mag ich richtig gern. Enge Schächte, schön dunkel. Nur, ich bin direkt in der Zentrale gelandet. Wer von euch bringt mich an. Nummer eins. Eins. Vier. Ah, damn. Oh, Scheiße. Oh, Herr Lucifer. Mit ihm wollte ich sprechen. Das geht hier alles so nicht, ne? Das sind große Fußis. Was ist das für eine Schuhgröße? 55? 60? Sag mal. Verpestig, du Harnsohn! Ey, warte, bin ich jetzt tot? Evil Dead. Ich sag's dir. Oh. Die Tür ist offen. Okay. Wollen wir mal gucken, was hier bei, äh, Kollege Schnürschuh noch passiert. Sex. Wahrscheinlich ist meine Oma jetzt hier. Ohohoho. Nein. Machen wir nicht. Wir vergessen, die Töten war offen, ne? Ich brachte dir etwas. Ich dachte, vielleicht könntest du dein Brust für mich. Nein. Nur ein kleines Kuss. Auch. Was ist passiert, Rebecca? Hahaha. Ich hab mich an der Jumbski, ja... ...undereid ... ... ... ... ... ... Was ist denn jetzt? Alles klar. Am rechten Arm hat er was. Linker Arm ebenfalls. Das rechte Bein. Und wir sind fein. Die hier. Yes. Wir haben alle zusammen. Ich mach aber erstmal fertig. Oh mein Gott du Bastard. Jesus is everything you need. Ich glaube es gefällt ihm nicht wenn ich über Jesus rede. Hallo. So. Kurz noch die Nase rein Junge. Einen dicken Brummer rausholen. So ist fein. Du warst mein Liebling. So. Okay jetzt geht es darum dass wir uns entscheiden. Richtig. Genau ich benutze jetzt das Siegel. Leg das. Bei allen drauf. Ach hör auf komm. Er sagt mir jetzt you're wrong. Das könnte natürlich auch wenn der Typ clever ist dieser Dämon. Könnte es natürlich. Halt die Klappe man. Also weißt du. Das könnte auch eine Finte sein. Der sagt. Ja ich. Lieg's falsch. Nur um uns reinzulegen. Nächster. Das gibt eine Anzeige. Oh Mann Digga. Oh das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Let's go. Reagiert gar nicht. Ach genau. Moment. Du hast recht. Du hast recht. Du hast recht. Eine Datenbank. Hier habe ich total vergessen. 14. Ah. 3 0 8 3 8 2 Let's go. Infidious. Das ist das Zeichen auf dem Papier. Wir haben Wind. Das letzte. Das letzte gehört uns. Das letzte ist das was wir haben. Da aber er schon darauf reagiert hat. Glaube ich dass er es ist. Das einzige was uns jetzt halt noch gefehlt hat. War der Name. Beziehungsweise die Sigillen. In der richtigen Konstellation. Mach's gut. No bischamarsch. Das hört sich gut an. Shit. Hey. What the fuck did you do to me holy fucking shit? It's nice not to be the one down there for a change. Raymond? I suppose a first name basis is an order. You should head home. And get some rest. Every night can be different. I think I'm fine. Are you sure? You seem out of it. Oh, I've just been waiting for so soon. Ich wollte gerade sagen, wie kann er sicher sein, dass sie nicht... What are you? Oh no. You chose the wrong body. Nein. Rebecca. Rebecca's not here, you fucking idiot. You have to go nuts. I will consume what you son of me. Watch your boy spoil it. And drink it as nuts from your pit of a brain. I'll kill you in this hardcore shit. Harder Daddy. What? What? Ooh. Ow. Ow. Auf Wiedersehen.